Wir sind wieder zurück bei der weiteren Folge von Schribbel. Hi, ich meine, na? Oh, man, Wasserfall. Oh, geil. Wasserfall, warte. Hier, zack, gewonnen. Sieger. So, okay. Boah, Junge. Was ist das für ein Wort, kalter Curry? Warum? Was? Ähm. Ich weiß nicht, wie man das malen soll, also ohne Scheiß. Ähm. Ähm. Dann kann man so hin und her machen. Von den Groß. Pass auf. Hä, bei mir ist das weg. Einfach, das Bild ist weg. Ja, ja, bei uns auch. Nein, nur bei mir. Du bist ganz süß. Hä? Hä? Warum habe ich das jetzt gesagt? Oh. Ah. Hä? Ah, yo, yo, yo. Ja, voll, Leute. Ihr kommt doch drauf. Nein, hä? Genau. Penisloch in der Hose. Was? Was? Die haben sich auch abgesprochen. Ähm. Scharf es ist. Scharf es ist. Hähnchen. Ach, das ist eine fucking Hose. Ich habe nicht mal kannt, dass es ein Hose ist. Ey, was sagst du denn, was das ist? Fällt die, Serena. Ich fange das aus wie ein Berg. Bei ihm. Okay. Nur mal so für die Leute auf meinem Kanal. Ich habe Traubenzucker gegessen, falls ihr irgendwie weiße Abstände da sind. Ja, da hat er geguckt. Ich habe nicht geguckt. Ich habe nicht geguckt. Nein. Warte. Oh. Äh, äh, wer bin ich? Äh, wo bin ich? Ich bin so schlicht gelaunt. Ich bin so alternativ. Was ist das denn? So. Keine Ahnung. So. Das Wichtigste kommt jetzt. Ach so. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Ähm... Was? Was? Ah, ist klar. Was? Oh! Oh, ein Fabelwesen! Oh! Oh! Ich dachte, das wäre ein Rasenmäher! Oh, wenn du fest genug mit dagegen stehst, kannst du bestimmt auch Rasenmähen, ne? Hey, was ist denn das? Ähm... Ähm... Hä? Hä? Was ist das denn? Ähm... Äh... Hä? Ich weiß nicht, was ich tue! Nein, ich... Weißt du? Oh... Ja, ich... Ich... Das... Also, die Form ist ja einmal hart, fragst du dich? Ja! Ich... Ich mach das grad gar nicht! Oh! Äh! 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 Hör mal! Hase! Was? Ich gebe nicht auf! Tobi auch mal mit seinem... Hä? Was denn? Der Curry nimmt so 30.000 Kilometer lange Wörter, das macht der extra! Ja, auf jeden! So sieht's nicht aus! Darf ich überhaupt noch nicht spielen, Alter? Das ist ja schön perspektivisch! Äh! Ja! Äh! Nee! Ähm! Was? Das hat doch... Auto? Nee! Hä? Hä? Mehr kann ich eigentlich nicht malen jetzt, ne? Ja, ich... Fuck! Ich bausteck! Ja! Was ist das denn hier? Alter, wieso nimmst du denn diese tausend Millionen lang Wörter? Also bitte, Leute, bitte! Wat macht die denn? Also wo sind wir? Wir sind auf einer, ne? Und wat macht die? Rot. Ja, fast! Die macht rot, genau! Die macht rot! Hä? Warte, warte! Hä? Ach komm, bitte! Tobi! Ey, danke dir, Tobi! Alter, ernsthaft! Jetzt kann man das wieder nicht erkennen, ne? Kann man nicht... Kann man nicht erkennen, genau! Curry, was hast du da für ne Scheiße gemacht? Tobi, die Schnauze! Komm, ich mach jetzt mal einen auf Curry hier! Mach jetzt mal ein Wort, weißt du? Und dann erkennt man immer sofort, was das ist! Einfach nur, weil... Ähm... Mach ich jetzt nämlich noch so ein... Mh... So... Mh... 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 Was ist das denn? Ja, hier... Warte! Mh... 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 Sooo... Zack! Zitta! Ähh... Und dann hier nochmal, irgendwie so... Mh... 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 Was ist das? Ohhh! Ohhhh! Scha... 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 Scha...ppier... Wer ist da? Das sind Schauspieler. Meins wurde erraten, ne? Nö, kein Klebe. Oh Gott, ey. Aber Schauspieler ist aber echt schwer. Entschuldigung. Was ist das für eine Lebenseinstellung? Entschuldigung. Ich war bei Ben und Ed noch voll motiviert. Die ganze Zeit habe ich hier scheiß Fudora-Werbung. Black Karate, Japanese Cooking, das gibt's hier gar nicht. Ich krieg immer die Post-Fotos. Toll. Ab 29 Dollar abonnieren, mach das nicht. Nimmst du dein... Machst du dein Assumpt-Nads nicht illegal? Du bezahlst für die Bilder? Ja, klar. Ich klaue das immer bei Künstlern. Ja, mach das doch mal. Und schreibst es da natürlich auch nicht dazu. Das ist schwierig. Schwierig? Ach so, warte. Ähm. 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 Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Hey, warte mal, wieso bist du denn schon wieder dran? Warst du nicht gerade? Ne, hä? Der Tobi? Ne. Ach so, Tobi, das schon. Ich dachte, das ist der Erik nochmal, weil das gerade grün war. Entschuldigung. Neun, neun. K, K, K. K. Gegenteil von Katta sagt die Wahrheit. Katta sagt... Boah, da hat ein bisschen gedauert jetzt. Oh, Alter, was? Ja. Alter, Tobi noch zwei Tage später. Ja, ich dachte, das wird leid, weißt du. Ja. Ja. Die Zwiebel ist so sehr eng. Oh. Oh. Okay. Boah, warm. Es ist so warm. Boah, der Satt denn jetzt schon wieder? Hä? Ach so. Moment. Minus-Tropel. Zwiebel. Hä? Es sind ruhig aus dem Zwiebel. Egal. Zwiebel. Boah. Ey ich wurde gerade... Kl veelwe. Oh Mann. Neil, ich hoff ziemlich auf. Ich mein' noch gewann. Nee, das wurde so geschrieben, ne? Mime? Nee, nee, nee. Nee, nee. Mime. Geri, du hast doch noch viele Buchstaben. Wirst du mich verarschen? Server is about to restart in about 20 seconds, was? 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 Ich hätte das viel schöner gemalt, wenn ich nicht könnte. Hier ist ein Schnuller im Mund. Nein, Connection lost! Connection lost! Nein! Oh Mann! Nein! Okay, keine Panik. Müssen wir jetzt nochmal auf die E drücken? Nee, warte, ich mach nochmal einen Raum. Oh nein, ich hab grad einen Werbeclip. Oh, warte. Alles klar. Ja, toll. Und vollwind. Oh nein! Es ist Bruce! Von Chimmy Sex Topmodel! Oh nein! Oh nein! Ich hab auch Bruce! Nein! Er macht jetzt Möbel-Werbung für Möbel! Oh nein! Und ich hab jetzt das Geräusch, dass die Zeit abläuft gerade. So, warte. Und jetzt ist es vorbei. Ähm, ich kopiere euch jetzt den Link. Warte mal. Ich kann ihn nicht aufrufen. Was klar? Ja, Moment! Du machst das Schwarzbild. Hallo! Ich kann ihn wohl aufrufen. Ja. Musst grad auch mal kurz warte. Ah klar. Es geht sofort weiter im Programm. Ja. Du hast es kompliziert hier gehabt mit dem Aufnehmen. Wo bin ich? Wo bin ich? Ja, ich bin in einer random Runde gerade. Bei dem ja, ne? Bitte? So, warte mal warte. So. So. Hm. Ich mach mal drei Runden, ja? Ja, ja, genau. Ja, alles klar. Okay. Tun wir einfach so, als wäre das nicht passiert jetzt hier. Eben. Es geht, es geht sofort weiter hier. So. Zack, da haben wir's. Hallo. Topias! So. Hi. Currywache! Ich will schneiden. Okay. Okay. Hä? Wir sind schneiden. Lass doch drin. Ist doch egal. Nee, nee. Weil ich grad mit dem schwarzen... Egal. Ähm. Also ich lass den Bruce drin. Der Bruce. Bruce ist geil, ey. Was nehmen wir denn da Schönes? Bruce. Eine geile Bruce. So. Ähä? Was? 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 Bist du für den kacken Scheiße? Ernsthaft? Ernsthaft Curry? Ja, wenn ich das jetzt male, dann wisst ihr das eh alle. So, hier, guck mal. Ähm. Ja, total. Ja. Ja, total. Ja, total. Äh. Ich komm aus Klebe. Äh. Wie soll das so viel Zeit damit? Ja, ich will das nicht so offensichtlich machen immer. Ja. Okay. Ja, na gut, ja. Jetzt kommt Grund. Jetzt will ich mal sehen. Ja, pass auf, pass auf. Jetzt muss ich mal fronten. Ja, pass auf. So, hier. Herr Grasse. Ich weiß gar nicht, wie es die richtigen Farben hierfür sind. Ein Stück Scheiße. Und da, was? So, redest du mit mir. Äh. Dazu gibt's am besten immer das hier. Das ist aber nicht das Wort. La, 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 la. So. Hä? Wie das einfach richtig war? Ja, ist schon richtig, aber wir spielen ja ein deutsches Spiel. Eben. Eben. Deutsch. Es gibt nicht bacon. Es gibt Speck. Speck. Es gibt das Speck. Und davon mach ich. Schwarzwälder Speck. Berliner Speck. Hauptsache Speck. Hauptsache Deutsch. Ah, lecker. Hm. Da will ich meine Zähne reinschlagen. So. Äh. Ja, ja, ja. Di, 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 di. Da, 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 da. Kamm, Kamm. Kamm. Im Feier. Was soll ich denn dazu jetzt malen? Also, ja, keine Ahnung. Ja, ja, das ist eigentlich... Ne. 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 Die haben wir nie gesehen, weil wir nie in unsere Stimme rufen. Vide scheduled病. Im Feier erster歌. Sech U – Halten. Das Internet macht uns alle kaputt. Ey, ohne Scheiß. Sind wir jetzt keine Redaktion bei Google eingeben? Zur Weiterverteidigung. Ich bin einfach so innen, ich müde gar nicht. Ach, Panos und Rechtfertigen hier. Doch, ich muss immer. Schönen Tuffi, Tuffi. Wir haben keinen Tuffi. Warum sagst du sowas? Darf ich gleich an Eis? Ich liebe dich. Ich meine dich. Nein, ich liebe dich vorallt. Was ist das jetzt? Ich weiß jetzt gerade selber nicht, wie ich das hier mal. Warte mal. So, ne? So. Hab das zu willen? Warte. Ihr werdet es gleich wissen. Und manchmal ist hier so ein Werkzeugkasten. Der ist immer rot. Der ist immer rot. Der ist einfach immer rot. Der steht auf dem Tisch. Hat ein bisschen was von Life is Strange. Ja, ne? Ja. Tja, hätte der Tobi das mal gespielt? Ja, hab ich aber nicht. Zum Glück hab ich's gespielt, ey. Tobi, hast du das? Nein. Tobi, hast du das? So. Tobi, da sind große Gefühle. Guck nach oben, Tobi. Komm, drei Sekunden. Garage, 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 Garage. Also ganz ehrlich, Tobi, ganz ehrlich. Weitere dich. Tobi, answer auf Tobi. Tobi, relax. Wäre das Wort Flur gewesen, aber gut. Wäre ich sofort dabei gewesen. Oh, das wäre so geil, wenn er das Wort Flur kriegen würde. Ha! Mann, scheiße. Was? Ich schwitze in jeder Witze. Der hat meinen Strauß gar nicht angenommen. Oh Curry, warum denn schon wieder ein Penis? Ja, das passt, pass auf. Was? Curry, 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 was auch immer, was auch immer du da gerade machst. Curry, 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 nein. Ich will nicht mal... Curry, Curry, nein. Wie, du Ekelhaft! Oh Gott, wie macht man das denn? Oh, wie schön ey, es ist schön. Falsche Farbe, falsche Farbe. Das stimmt nicht mit dir ey. Oh, ist das schön ey. Du Ekelliegen. Oh, was ist das denn jetzt? Kann man hier eigentlich ausfüllen mit irgendwas? Ne, ich glaube nicht. Ähm, da bin ich. Hä? Wow! Geisterbahn, ganz klar. Geisterbahn. Oh. Oh, meine Ohren. Oh, ich spüre sie nicht mehr. Nehmen wir noch 10 Folgen heute auf. Bin motiviert jetzt. So, ähm. Ist ganz gut gemalt. Ja, ist von Manchi Island. Los, sing das Lied von den Eltern. Warte, ich muss doch gerade malen. Äh, der Fuß. Der Beinknochen ist connected mit dem Armknochen. Der Armknochen. Der Armknochen. Warum hast du es nicht erkannt? Hä, das war doch so einfach. Ich habe Skelett geschrieben, mehr ist mir nicht eingefallen. Du hast ein einziges Wort geschrieben dazu. Ja, natürlich. Wir haben alle nur ein Wort geschrieben. Ich habe Knochen oder so. Hey, Tobi hat Biene geschrieben. Wäre doch auch falsch gewesen. Tobi hat sogar zwei Wörter geschrieben. So, hier. Was ist los? So. Ähm. Schienbein. Engelsgesicht. Was ist das denn jetzt? Volksmusik. Äh. Ne. Tobi ist müde. Tobi will schlafen gehen. Das sehe ich schon an der Zeichnung. Hä, was ist das? Äh. Hä, Curry, was? Also, ey, komm. Ja. Was? Was soll ich da noch hinmalen? Keine Ahnung. Ist nicht so einfach. Denk mal an die Farben. Ne. Keine Ahnung. Ich dachte erst, das wären Rippen, aber... Ich mal dir hier oben noch. Guck mal, ich mal dir hier oben sogar noch. So. Ähm. Was ist am Himmel? Ja. Das ist ein Mond. Ein Feuerwerk. Engel. Engel. Alter, wie kommt man denn da auf Feuer? Wie geht es so? Wie willst du Feuerwerk? Liebe. So. Okay. Hier, nimm den. Oh Mann, ey. Wenn es jetzt Planke gewesen wäre, ich habe mir so einen Arsch gebissen. Das wäre so gut gewesen. Ähm. Warte, warte. Eine Frau. Eine Frau. Eine Frau. Ja. Eine Frau sitzt daheim. Erdage. Äh. Hä? Wie mache ich das jetzt am besten? Warte. Jiii. Ah. Ah. Wie mache ich das? Das ist schwierig zu malen. Ähm. Okay, das ist ganz, das ist schwierig zu malen. Hä? Nee, ich habe keine Ahnung. Äh. Da? Ja, also es ist schon, was hat man, wenn man, ah. Ich habe genau gleich Virus geschrieben, Mann. Ey, das gibt es doch nicht. Oh Mann. Warte, ein Spiel, du. Warte, ein Spiel. Okay. Alter, Tobi. Tobi, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich habe immer Ärger. Ich habe Früchtchen. Der Tobi sucht Ärger. Nach Ärger oder was? Oh. Oh. Was? Was? Sehr schön. Ähm. Ich weiß nicht, was ich noch malen soll. Scheißwärmung. Tittenmagazin, ja! Boah. Oh, was? Das sagt doch heute keiner mehr, ey. So ein Kackwort, ey. Das gibt's gar nicht. Oh Gott, äh, wie malt man denn das, wie malt man denn das jetzt? Ähm. Warum nimmt es das denn dann? Ja, weil... Du willst dich selber herausfordern. Ja, natürlich. Und euch. Ein Schwefelei. Ich will mal eins essen. Ja. Hat man hier kein, kein... Doch, es gibt auch ein Füllwerkzeug hier, ne? Ja. Wo? Wo ist das her? Hier unten. Okay. Also das linke Auge ist nicht so gut. Ähm. Ja. Nee. Äh. Äh, naja. Das ist mir nicht... Ich glaube, die haben so eine Ohren. Das ist mir gerade nicht so gut gelungen. So süß. Menschi. Kennt jemand den hier? Menschi. Warum? Dann hier. Menschi. Menschi. Ja, Queen's hier ist es. Ich seh Saga. Oh, wie süß. Oh, fett. Das ist echt so. Queen's. So. Mäau. Nein, was war der Wiss? Kennt ihr das eine Ding, was immer nur Lasagne frisst? Kennt ihr gar viel noch? Nee, der war echt cool. Nee, Katze. Hä? Kätzchen? Warum denn Kätzchen? Na, süßes Kätzchen. Ja, wegen den Augen, Mann. Das ist doch bescheuer. Also der Gedanke ist mir sofort drüber gekommen, als der Erik das gemalt hat. Komm, hier. Komm, das kriegt er doch sowieso gleich raus, was es ist. Hä? War nicht klar? Malen. Ja. Ernsthaft? Hä, willst du mich veranschen? Weltkugel. Weil es nur Blau da war und ein bisschen Grün kam. Das ist eine Weltkugel. Ich bin kosmopolit, ja? Der Curry, Alter, ist ein Wichsel auf dem Monitor. Oh, das Wort ist politische Thematik. So, weißt du? Hat man sich aber sofort erkannt. Was ist das? Kastentheke. Los, Curry, schreib das Wort. Hä? Was? 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 Ich hatte nur gar nichts gemacht. Ich wollte mich hier vorbein. Es passt einfach zu einer Frau. Alles klar? Oh, toll. Ich wollte mich vom Kühlschrank fallen, ey, Leute. Das soll nichts heißen. Oh, ich liebe die. Wir können es einfach immer wieder spielen. Ja, kommt noch eine Folge. Mein nächster Name ist dann, ich kenne alle Wörter Curry. Jetzt haben wir ja alle keinen Zeitraum. Jetzt wäre die perfekte Zeit für Dingens am Schluss, weil wir alle so müde sind. Oh Gott. Bis zur nächsten Folge dann. Achso, ja. Stimmt. Ja, tschau. Tschüss. 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 Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tschau. Tschau, 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 tsch